Ich hab nur gefragt, ob das Cola Light ist. Hier komm ich ins Spiel. Entschuldige, das mit der Cola Light hat sie als Hinweis aufgefasst, dass du sie für fett hältst. Besorg ne rote Rose, ne normale Cola und sag dir, dass sie all das ist, was du immer wolltest, aber nie gemerkt hast. Bei Problemen ruf mich an. Zalampia Pictures präsentiert. Hast du mal von diesem Date-Doktor gehört? Nur ein Gerücht. Sicher? Absolut sicher. Das heißt, sie sind der Typ, der Typen wie mir hilft, Dates zu bekommen. Niemand ist perfekt. Doch ein Mann Mein Name ist Alex Hitchens, nennen Sie mich Hitch. kann helfen, dem nahe zu kommen. Ich gebe Ihnen meine Nummer, haben Sie einen Stift? Ja, hab ich. Toll. Er zeigt dir die Tricks. Ellenbogen, 15 Zentimeter von der Taille, 90 Grad. Wenn jemand kommt, den Sie kennen, machen Sie weder noch... Okay, genau das will ich von Ihnen lernen. Tun Sie das nie wieder. Nie wieder. Aber der Typ, der alle Antworten hat... Wenn ich mit dir zusammen bin, kriege ich nie was auf die Reihe. Das ist in meinem Kopf irgendwie anders abgelaufen. ...hat selbst ein paar Fragen. Liegt es an mir oder ist es irgendwie kratzig hier? Ich glaube, Sie haben eine Lebensmittelallergie. Will Smith Ach, so schlimm ist das nicht. Oh! Hitch Der Date-Doktor Acht von zehn Frauen glauben, dass der erste Kurs Ihnen alles sagt, was Sie wissen müssen. Der Trick ist, nach 90 Prozent des Weges anzuhalten. Zeigen Sie mir die Magie. Zeigen Sie mir die Magie und... Was zum Teufel war das? Ich zeige Ihnen die Magie. Nein, ich sagte, Sie kommen 90 und ich komme 10. Sie gehen nicht die ganzen 100. Sie sind ein übereifriges Stück.